Ich bin unglaublich stolz auf alle Beteiligten, dass das eben zum zweiten Mal in Schladming ist, Ramsau und Graz. Diese Kombination finde ich perfekt da und ich bin total überwältigt. Ich bin gestern erst dran gekommen vom Weltcup-Finale in Amerika und jetzt das und diese Stimmung da, die nimmt mich einfach ganz brutal mit. Das haben die Athleten oder Athletinnen auch so eine Gaudi bei der ganzen Sache und ich habe viele auch die Schraube überall beteiligt, die da mit Arbeiten und genau so soll es sein. Meine Frau hat elf Jahre im Special Olympics gearbeitet und nach Hermann Gröll damals, wie der das nach Schladming geholt hat, ist eigentlich, ich bin von der Geburtsstand umweg irgendwo immer mit dabei gewesen und einmal ein Jahr sind die Österreich-Tage da bei uns in Schladming und da kriegt man immer wieder Athleten. Man kennt schon einige persönlich und Richard Meuchert und ich haben mir das Glück gehabt, dass man gemeinsam einen Skitag mit ein paar Athletinnen und ein paar Athleten gehabt hat. Da macht man ein paar rein und ich muss sagen, wir sind beide mit einem Schmonzler am Tag und das war gewaltig. Ich bin gerade angekommen aus Amerika und jetzt starten wir los. Siegejährung und morgen werden wir noch einige Bewerbe anschauen und ich bin schon ganz gespannt drauf. Und jetzt ist alles Wetter auf unserer Seite. Gott sei Dank.